und action hi mein name ist stefan ich bin gründer von writelink und ich möchte euch in diesem video heute das neue firmware update für den wingman in der kombination mit der neuen android app vorstellen und ich mache das wie immer ich mache so ein kurzes bildschirm recording und zeige euch zu anderem auch wie zum das setup funktioniert wie ihr dann mit dem dashboard die daten auslesen könnt und die ganzen themen wichtig als voraussetzung ich gehe noch mal ganz kurz raus aus der app ist dass ihr und ihr könnt es immer überprüfen die aktuelle version habt ihr solltet also mindestens v0 162 b 1698 haben wie schon gesagt die ist im aktuellen store verfügbar ich gehe jetzt auf mein motorrad und grundsätzlich richtig den wingman wie immer ein ich scanne den qr-code gescannt das ist der wingman erstmal auf mich zugeordnet hier werden mir alle wesentlichen informationen angezeigt und jetzt im zweiten schritt und der ist jetzt ganz wichtig werde ich mich mit dem wingman per wlan verbinden aber ich muss genau der reihenfolge in der app folgen also bitte versucht es gerade bei den eltern firma version nicht anders sondern zunächst bleibt ihr bitte getrennt von dem wlan und wir werden dann im zweiten schritt uns mit dem wlan verbinden und die einrichtung abschließen im ersten schritt weiß nicht auf euch den schonverbrauch hin dass du im motorrad eben installieren sollst und jetzt laden wir die notwendigen daten vom backend auf das handy runter und genau jetzt werden wir uns mit dem wingman mit dem wlan des wingman verbinden so wo ist er da ist der kai da gebe ich jetzt das passwort ein dass das passwort was er mir gezeigt hat und wir verbinden uns jetzt mit dem wlan und er wird jetzt hier gleich noch eine fehlermeldung werfen nämlich dass das internet nicht verfügbar ist weil der wingman kein hotspot ist der bietet nur einen wlan dann sagt man immer verbinden damit die verbindung stehen bleibt dann sagt er ohne internet verbunden das wechsel ich zurück und dann taucht hier auch dieser fortsetzen button auf das heißt die app prüft im hintergrund ob wir mit dem wingman verbunden sind und setzt richtet er den wingman ein jetzt kalibrieren wir den noch in eine richtung unserer wahl ich starte die kalibrierung der nimmt jetzt ein offset und hier ist jetzt ganz wichtig ihr habt ja diesen pfeil der muss entweder so 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 also in alle richtungen quasi eingerichtet sein versucht wenn so genau wie möglich dem pfeil in richtung lenkrad also so 90 grad oder so straight wie möglich zu machen weil wenn ihr den wingman so leicht so zum beispiel einbaut so leicht schräg dann haben wir einen automatischen trifft drin also immer sehr sehr geradeaus so installation ist fertig jetzt ganz wichtig sich wieder vom wlan trennen das heißt ich wechsle zurück ich schalte das wlan einfach immer aus das ist so bin ich mir zu 100 prozent sicher dass ich wieder mit dem handy internet verbunden bin aber nicht mehr mit dem wlan vom wingman und dann sagte euch der wingman ist aktiv das heißt er ist eingerichtet der ist verbunden ihr seht die firma version und er bietet euch auch an die firma zu aktualisieren das machen wir jetzt im zweiten schritt jetzt ruhig auf firma aktualisieren starte update jetzt laden wir die firma auf dein handy runter und jetzt erst wieder mit dem wlan verbinden also aktiviert ihr wieder das wlan vom handy jetzt müsste gleich unser wlan vom wingman kommen er versucht sich auch automatisch schon zu verbinden ich gehe schon mal zurück und ihr werdet ihr sagt schon internet zugriff notwendig weil er hat das update schon drauf gespielt das update später in ein zwei sekunden drauf die datei nicht so groß ist es zwei megabyte das hat er in wenigen augenblicken rüber das heißt wir können schon wieder das wlan ausschalten gehen wieder zurück und jetzt sagt der firmware update erfolgreich schließen und jetzt seht ihr hier die version 0.10.7 ab jetzt ist das ein wingman der ein wifi direct anbietet und hier gibt es leider immer ein bisschen verwirrung weil die benennung der wifi ein bisschen bescheiden ist aber wir können haben da relativ wenig einfluss drauf wenn man ein gerät mit einem wifi direct netzwerk anbietet muss man zwei netzwerke anbieten einen normalen hotspot und dieser hotspot muss direct minus name des hotspots heißen und zusätzlich ein wifi direct das in einem anderen menü ist und das verwirrt weil wir dann immer sagen hier verbinde dich mit dem wifi direct und bitte nicht mit dem wlan das heißt wenn ich das jetzt hier an mache ich gucke mal ob der wingman schon soweit ist nee der startet noch gerade neu also wir brauchen ja noch eine sekunde aber ihr seht es hier zum beispiel bei meinem wlan drucker diesen laser chat den ich habe der bietet einen hotspot an dieser hotspot heißt direct minus 54 hp hier oben in meinem menü gibt es aber das wifi direct menü und hier steht dieser drucker nochmal mit einem wifi direct und das ist eine total bescheidene idee gewesen diese wlan's direkt zu nennen und da ist er jetzt auch schon also ihr seht jetzt hier direct otp aber ihr dürft euch nicht im hotspot mode damit verbinden sondern ihr dürftet euch nur über das wifi direct verbinden und das gerät taucht hier auf unter wingman minus otp 2430 kai also wir haben jetzt kai genannt unser wingman die app hat aber ein eigenes polling das heißt ihr braucht hier könnt ihr einfach nur rausgehen und es gibt ja hier unter den einstellungen den wifi direct status monitor und der geht automatisch auf verbinden das heißt die app probiert im hintergrund und das ist jetzt hier ein samsung handy mit einem android 11 wir haben das aber auch mit dem samsung android 12 probiert mit dem pixel probiert wir haben hier also ein paar android telefon rum ältere neuere dass wir immer ausprobieren können funktioniert oder funktioniert nichts aber hier wenn der sagt wifi direct status verbunden dann ist schon mal gut und dann seht ihr auch oben rechts das wlan icon symbol und jetzt kann ich aufs dashboard drauf gehen und da seht ihr jetzt quasi über den verbindungs status ich habe jetzt nicht sehr ordentlich kalibriert aber ihr seht hier die daten reinkommt ihr seht die coolant temperature ich glaube die kann ich anpassen ich kann hier drehzahl und geschwindigkeit so ein bisschen anpassen da geht das hier alles so ein bisschen runter mein simulator ist jetzt nicht der könig der simulation so jetzt gehen wir hier wieder raus was auch geht ist die fehler codes auszulesen dazu geht ihr auf den wingman und ganz unten im wingman habt ihr einen button dtc fehler codes ich stelle jetzt hier mal drei fehler codes ein sage verbinden und dann seht ihr eins zwei drei fehler codes lösche dtc's clear dtc's puff und die dtc sind weg weil wenn er jetzt hier nochmal drauf geht und sagt dtc fehler codes lesen und dann sagt er keine fehler codes gelesen jetzt manchmal nochmal drei ich wollte eigentlich zwei machen drückt er nochmal drauf das sind meine drei fehler codes ja Bis zum nächsten Mal.